Willkommen zu diesem Infovideo, ja erstmal möchte ich mich bedanken für alle Leute die gestern im Stream dabei waren, das waren nämlich etliche, 1500 war glaube ich das Maximum was wir da an Zuschauern erreicht hatten, wow war wirklich der Hammer, hätte ich nicht gedacht und ja für alle die es nicht mitbekommen haben, wie gesagt ich habe schon ein paar mal die Frage gelesen, Judas habe ich wie gesagt, das Polaroid habe ich wie gesagt schon freigeschaltet indem ich mit Judas einmal durchgespielt habe und das war im Stream, deswegen sage ich das auch nochmal hier, bevor wir da hundertmal die Fragen kommen. Und ansonsten verweise ich euch natürlich nochmal auf das Event was heute stattfindet, nämlich um 15 Uhr startet der Livestream von Maxim, das Allstar Tournament findet da statt, da solltet ihr euch nicht gehen lassen und ja ansonsten riesen riesen Dankeschön an alle Leute die gestern dabei waren, ich weiß nicht ob ich heute streame, muss ich mal schauen, je nachdem wie ich das schaffe zeitlich und ansonsten natürlich wie immer der Verweis auf meine Facebook Seite, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn es oder um geht, dass ich Livestreams ankündige oder auch mal so ein paar nette Posts mache und ja, dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video oder Livestream, bis dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch, oder ne wir haben ja schon Donnersack, einen schönen Donnersack natürlich und ähm ja ist ja nicht mehr lang bis zum Wochenende, also haut da rein.